Nicht vergessen, Bloomsday ist 16. Juni, kommender Freitag, in der Volkshochschule Hitzing am Hitzinger K. 131. An dem Abend werden um 18 Uhr der Robert Streibl und ich gemeinsam den vierten Teil meines Ausstellungszyklus Reading Ulysses eröffnen. Es gibt wie immer eine Künstlerführung und damit es leichter wird, die durchzustehen, gibt es ein kleines irisches Buffet und irisches Bier. Nicht nur für die, die als Ulysses Charaktere verkleidet, hier auftauchen. Ich freue mich auf Ihren, euren Besuch.